ja leute muss man wieder frei bringt nichts eine badewanne auf dem balkon brauchen kälte mit wasser können bei mir nicht in wohnen gründen gehen da ist so jetzt haben wir viel essen ich habe alles mit dem auswahl geklärt dann sehen wir sie jetzt nicht weg schwimmen als abschied schade